und was macht ihr so das ist schön eskalation so damit sind wir wieder zurück bei minecraft letzte folge in dieser aufnahme meine freunde also jama ist aber weit war scheiße ich muss ein schlussreihe mal das und das dass das ist das so machen wir das einfach mal und so und so und so lalala lalala mann du scheiß skelett ich hab dich verarscht du bist so ein gangster ich war herrlich ist der dritte 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 alter hier sind ja übel monster drin die ganze zeit rüber zu affe gestern ist ein das ist um die vorbestimmung das müssen aber eigentlich sollte die eisengröße ein bisschen kommen uns da immer werden wir haushauen äh warte mal er steht gerade auf der kante außen ja ich wollte schon gemerkt das ist da wo es wo es ist du hast ja den ausgenommen muss ich meinen dass mit dem namen durch weil der Name ist ja von mir da kann ja noch nicht schlecht sein der Kunde alles klar alles klar um die 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 es kommt doch dort müssen wir neue Musik es geht so weiter die 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 ganze scheiße er hat und jetzt kommt er noch so ein Kripper ja genau sofort kommt also ein Kripper du immer hilfsbereit Kripp ein Freund und Helfer warte mal ich mach mal die eingänge dicht dass hier nicht irgendwelche monster durchkommt ich mache die mit erde dicht ich bin voll der gangster das ist auch ein echter gangster das stimmt wohl auch er wird dort oben so hoch das ist schon wieder gewonnen die sweet sweet gab sound of the music die bürgte die bürgte ach ja mensch und was macht ihr so das ist schön es macht so viel spaß wie diese erde abzubauen das glaubte gar nicht wie viel spaß macht er werden die ganze erde dahin gesetzt dann geben wirkt er Wart mal da muss die Erdbeer betrügen auch die Leute die Bromann nicht mehr sieben so und und so das war die 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 geben die 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 und 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 in der Flügel zu Hause eigentlich ich war kurz zu Hause er und wie sieht's aus hast du nie gemacht 6 6 6 19 muss jetzt genau passen aber es wird sicherlich nicht genau passen 9 das passt natürlich nicht genau weil es schafft sich genau nicht passt sich genau nicht 1 auf die Musik schreit drauf Schat der Dohr! Was wollte ich denn jetzt machen? Das ist wieder zurückgegangen. Achso, Steine holen. Stimmt ja. Der gute Horst. Ist wieder zurückgegangen, hä? Ja. Ich wusste, auf Horst kann man sich verlassen. Naja. Aber Teddy ist besser, der hat Enderman getötet. Und du hast hier auch einen Gobbystone hingesetzt. Wo? Na, da rein vor die Balltür. Das war aus Versehen. Ah ja. Aber man kommt raus. Toll. Ja, ich weiß. Das war echt sehr gut. Eine Meisterleistung. Warte, warte. Jonas, ich brauche eine Schaufel. Also dich. Kommt rein. Ich bin unterwegs. Ich bin unterwegs. Nach... Nach... Grünhausen. 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 Entengrün. Kontroll. 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 Grünhausen. Alles klar. Alles klar. Kino. Du bist der Second Carrier. Ja. Ja. Hat das was mit Gary zu tun? Ja, deswegen. Das ist so. Gary. Ja. 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 Ach, Mensch. Ja. Prozent und meine Kisten zu Prozent 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 Dede 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 oder dazu muss ich Dede 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 Ich habe meine Schaufel Dede 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 den Agenten Null Null Doppel Null nein Scheiße wirklich ein Doppel das ist ein Beispiel zu haben der es kommt gar nicht mehr ständig irgendwelche Monster sich melden du musst mich mal melden wahrscheinlich werden die von Horst durch die Kante geworfen Horst Horst mein Freund Günther Günther Angelika 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 ich bin nackig 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 was ist jetzt gebaut du kannst die Erde damit da keine Monster reinkommen das hat die haben genervt wow hier ist aber noch offen so hier ich wollte hier mal ich wollte hier mal was gutes tun das war da ran alter was von jetzt fast oder Philipp hier willst du paar Tools haben dreh dich mal um oh ich Tools hast du mir jetzt eine Axt gegeben ja die Axt ich hab mir in der Diamantax gemacht naja dann tue ich die einfach mit meiner alten Axt zusammen zu einer Einzüller Axt machen das kannst du tun ja hab ich gemacht soll ich mal hier die zwei breit weggraben ja ui er direkt dann mit stein schweiß das was von der Fackel mit stein nachlegen nackig war wie krass la 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 ich frage mich ob die Skittle Junkies auch oh Gott immer noch auf gerade aufnehmen er ist eine Höhle wenn ja dann groß an die Gruß an den Jonas an die anderen nicht die mögen wir nicht ne ne geht schon zumindest Jonas muss ich jetzt grüßen weil ich dürfen ja unsere Freunde nicht grüßen diese Erzfeinde von uns ja die sind nämlich immer unter der Erde Jonas du bist zu langsam hier um die Ecke auch ne eigentlich müssen wir alles Erde hier weg machen von daher ach so du bist jetzt hier ach so den ganzen Boden mit ja jetzt mal ein bisschen mehr ein bisschen was hier hier das zubauen sollen ja ich wusste es ja noch nie dass ich das machen werde ach so na das ist ja wunderbar hier naja mit Diamanttools geht das schon da 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 komm mal wir sind zusammen war was mich geschlagen was macht weiter auf der anderen seite das ist wieder meine schaufel weggeworfen ob es nicht verbrannt das gefühl die ist verbrannt es ist also meine diamantschaufel habe ich nie weggeworfen aber meine so normale das wäre noch gewesen die diamantschaufel verbraten hättest ja das wäre ein bisschen zuf gewesen aber verbraten im Wasser sind es rutscht ja ja scheiß witz mit Alarm wir bräuchten sowas scheißwitz Alarm mit Salat wer Bock hat kann uns ja mal so einen scheiß machen so hat sie niemals haben dort ja aber da ist ja nichts mit mit Alarm so scheißwitz Alarm auch mit Salat da ist was im Hintergrund hier hier in Zambi in Zambi du in Zambi und in Zambi in Zambi in Zambi in Zambi noch ungefähr drei fünf Stunden okay das ist eine solche Folge wir machen dann musst du dann weg oder was Nö, mir unbedingt, aber... Dann mach mal noch eine, da hab ich noch... Dann mach mal danach noch eine. Erde, sehr schön. Ich brauch nur irgendeine Erde, das ist nämlich ganz wichtig. Dann gibts irgendwie effizient in die Schaufel reinballern, dass ich hier so... das durchballern kann. Das wär geil. Oh, das Effizienz 5 hab ich ja jetzt schon in meiner Spitzhacke. So. Jonas, ich komm von der anderen Seite. Ja, wie immer, von hinten. Also, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Da werden wir nämlich dieses ganze Erdegedöns hier wegbauen. Bis dahin, tschüss. Tschüss.